Robotik und künstliche Intelligenz spielen eine starke Rolle in der Zukunft der Logistik und daher auch in der Otto Group. Wir, die Otto Group, streben nach dem besten Service für unsere Kundinnen und einem innovativen Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen. Dafür gehen wir jetzt den nächsten Schritt mit unserer strategischen Partnerschaft mit Boston Dynamics, dem weltweit führenden Unternehmen für mobile Robotik. Es geht darum, die betriebliche Effizienz sowie die Arbeitssicherheit zu steigern und gleichzeitig die Attraktivität von Lagerarbeiten angesichts des Fachkräftemangels zu erhöhen. In den kommenden zwei Jahren werden wir daher eine Flotte von Boston Dynamics Spot- und Stretch-Robotern in unseren Logistikzentren einsetzen. Dynamics Spot- und Kennen Dynamics Spot- und Stretch-Achalgene Teil der ап Spread- und Abstienung Teil der Runde Untertitelung des ZDF, 2020